Ach, die Mutti. Freut mich, sie kennenzulernen. Und gut, dass du auch dabei bist, Nosch. Ein wirklich sehr schlaues und auch liebes Kind? Da mangelt es einfach nur an Fleiß und an Begeisterung, Nosch. Dabei ist Mathe ein sehr spannendes Fach. Ja schon, man hat ja auch andere Fächer außer Mathe. Das gibt eine 6, Nosch. Was habe ich denn gemacht? Das war nur ein kleiner Scherz. Ich muss dann jetzt leider los. Ich habe gleich noch einen anderen Termin. Ich wünsche euch noch einen schönen Elternsprechtag, Nosch.